Hallöchen! So, heute versuchen wir mal durch diesen Kanal da zu gehen. Wenn wir in Deckung bleiben, dürfte nichts passieren. Wie geht's denn? Oh fuck! Oh fuck! War nicht so glorisch. Ich werde noch mal kurz hier umsetzen. Oben sind Aufwäsche! Weiter, weiter! 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 Aufwärts! 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 Fuck Okay Nicht ganz so wichtig Just come on Come on wir müssen das ding abschalten es muss eine wartungsabriegelung geben die diesen bereich deaktiviert wo wollen die denn hier noch rum du hast mich hier oben na nur einer Bei der Welt ist er kaputt Genau und ich muss aufpassen wegen dem scheiß Ding Jetzt könnt ihr nicht mehr schießen weiter weiter Los nichts wie weg von hier Mistkerl Auf die Schilder achten in Deckung bleiben Boah Das war nicht nett Bin voll reingeladen Das ist nicht so voll zu reflektieren Was ist das? Na geht doch. 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 Jetzt, wo ich drauf warte, dauert es wieder ewig, ist klar. Ja, ich hab's gewusst. 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 Ja. Ja, ich hab's gewusst. als zeichen der zusammenarbeit haben wir den antriebskern des schlachtschiffs deaktiviert alle waffen und barrieren sind offline soll ja nicht langweilig werden also gut dann schauen wir mal was die quarianer wirklich drauf haben kleines drohending vorsicht so weit so gut dann leuchtet auch was ich hab dich gesehen und das hauptgeschütz ist offline wir können ihr flackschiff ausschalten wenn wir jetzt angreifen verdammt das ist unsere gelegenheit für einen sicheren abzug der zivilflotte wir müssen diese gelegenheit nutzen schwere flotte erledigen sie das schlachtschiff wenn sie das tun wird die schwere flotte runtergehen und wenn wir sterben wird sie ein simpler rückzug auch nicht vor der reaktion der gerdl verdammt was machen die da konzentration auf die gäste kümmern wir uns später das ist Lipp, weiter. Na gut! Dann halt die Pistole! Find ich irgendwo Munition oder sowas? Dann halt die Pistole! Oh fuck! Damit habe ich jetzt nicht der Dämpfer! Dann halt die Pistole! Dann halt die Pistole! Dann halt die Pistole! Dann halt die Pistole! So, mach ich hier noch irgendwas! Patrouillenflotte! Flankenunterstützung für die schwere Flotte! Räumen Sie hier das Schuss weltfrei! Alle Schiffe feiern frei! Shepard Commander! Die Schöpferflotte beschießt dieses Schiff! Ohne Barrieren wird das Schiff zerstört! Wir müssen evakuieren! Wir müssen zu den Rettungskapseln! Gas übermitteln Intelligenzen mit Signalen! Es gibt hier keine Rettungskapseln! Vorschläge? Im Backboothangar leben Gasjäger! Damit können wir in Sicherheit fliegen! Shepard und Flotte! Feuer einstellen! Ich wiederhole! Feuer einstellen! Sie antworten nicht! Verdammt! Shepard Commander! Wir sind gleich da! Wir sind gleich da! Das ganze Ding fällt auseinander! Ach nee! Wir können rufen in den oberen Händen ausstarten! Gehen wir! Die Hangartür schließt sich! Vereilung, Leute! Wir schaffen das! Entschuldigung! Nominieren Shepard! Registriere Gravitationsverlust! Alles okay? Ja! Wir nehmen einen Gasjäger über mittlere Rendezvous-Koordinaten! Die Hangartür haben wir zum ersten Mal in den Schiffen auf den Arm! Aber jetzt brauche ich die Flüsse! Die Flüsse! Das ist eine große Herausforderung! Die Flüsse! Und das ist eine große Herausforderung! Nicht schlecht. Wir haben auf das Schiff gefeuert, während Sie an Bord waren. Sie hätten Ihre Flotte in aller Sicherheit abziehen sollen und stattdessen... Ich weiß, Admiral Garrel macht schon seit Jahren Ärger entlang der thurianischen Grenze. Aber ich verstehe Ihre Verzweiflung. Wir haben die Erde erst vor ein paar Wochen verloren. Noch haben wir die Erde nicht verloren. Wir brauchen Hilfe, Shepard. Wir brauchen eine Flotte. Und die Quarianer haben die größte, die es da draußen gibt. Ich weiß, Admiral. Ihr unilateraler Angriff hat uns alle gefährdet. Ich sollte Sie des Tarats anklagen. Ich handelte als Admiral der schweren Flotte. Und was ist mit Shepard? Und Tali Zora? Sie sind unverletzt entkommen. Shepard, die Missionsparameter haben sich geändert. Sie gehören zum Militär. Sie verstehen das. Ich verstehe nur, dass Sie Ihre Chance auf sicheren Rückzug vertan haben. Das Schlachtschiff war ein perfektes... Admiral, Sie haben Ihre Mission und Ihr Volk gefährdet. Runter von meinem Chef. Shepard, ich verstehe Ihren Zorn. Wenn Ihre Flotte nicht wäre... Wegen ihm wären wir fast draufgegangen, Rahn. Wissen Sie, die Geth haben uns schwere Verluste zugefügt, bevor sie das Reaper-Signal deaktiviert haben. Die haben eine planetare Verteidigungskanone? Aten, Admiral Corus hat sein eigenes Schiff geopfert, um Sie zu zerstören. Er ist auf der Heimatwelt abgestürzt. Die Normandy kann bei den Rettungsmaßnahmen helfen. Danke, Commander. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei. Nein. Die Geths verfügen nicht länger über die Programm-Upgrades, die Sie unter der Kontrolle der Reaper haben. Shepard, Commander. Wir wollen unsere Unterstützung anbieten. Was zum Teufel ist das denn? Halt! Halt! Beruhigen Sie sich! Sein Name ist Legion. Er hat mir geholfen, die Kollektoren zu vernichten. Die Reaper haben Legion als Signalverstärker benutzt, um vom Schiff aus Befehle zu senden. Wir haben ihn befreit. Wir haben es befreit. Ein faszinierender Prototyp. Mit etwas Arbeit könnte ich damit einen Schwachpunkt des Geth-Konsenses finden. Legion sagt, er könne uns helfen. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Verstanden, Commander. Sie sagen also, Sie können uns helfen? Ja. Was wissen Sie über die Geth? Wie werden Sie ohne die Kontrolle der Reaper reagieren? Sie haben die Langstreckenkontrolle unterbrochen. Aber die alten Maschinen haben für kürzere Distanzen eine Basis auf Ranoch errichtet. Die Geth haben immer noch die Reaper-Upgrades? Korrekt. Sie sind im Moment nicht organisiert. Aber sobald das Kurzstrecken-Signal sendet, ändert sich das. Kehla. Ich muss die Flotte warnen. Zen, Sie koordinieren sich mit Garrel. Bewegung! Wir müssen die Reaper-Basis ausschalten. Wo ist sie? Unbekannt. Sogen. Verstanden. Wir kennen die Position eines Servers von dem aus Jäger-Staffeln der Geth kontrolliert werden. Die Staffeln visieren die Lebensschiffe der Schöpfer. Wenn wir sie ausschalten, minimiert das die Verluste. Wir wollen dabei helfen. Danke. Die Geth haben sich schneller erholt, als wir gehofft hatten. Wenn er uns nicht gewarnt hätte, hätten sie uns auslöschen können. Sie müssen sich bei Legion wohl entschuldigen? Wie weit entwickelt ihr Freund auch sein mag. Er ist immer noch ein Geth. Der gerade ihre Flotte gerettet hat. Und ich wünschte, ich hätte es besser gewusst. Aber im Moment können wir uns einfach kein Vertrauen leisten. Was brauchen Sie? Erzählen Sie mir von der Patrouillenflotte. In Friedenszeiten war die Patrouillenflotte für Navigation, innere Sicherheit und die Schlichtung von Konflikten zwischen Schiffen zuständig. Jetzt decken wir mit unseren leichten Fregatten und Jägern hauptsächlich die Flanken der schweren Flotte. Erzählen Sie von der Zivilflotte. Das sind unsere zivilen Schiffe. Unter dem Kommando von Admiral Corris, falls er seine Notlandung auf Rha noch überlebt hat. In Friedenszeiten haben sie den Hauptteil unserer Flotte ausgemacht. Heute würde unsere militärische Stärke sogar die Turianer ins Grübeln bringen. Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben mehr Schlachtschiffe. Ihre militärische Gesamtmacht übersteigt die unserer schweren Flotte bei weitem. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der Quarianischen Flottille für den Kampf auf. Sogar unsere Lebensschiffe haben jetzt Kanonen. Setzen Sie alles ein. So ist es. Durch die Modifikationen sind die Kanonen der Lebensschiffe durchaus mit den Hauptgeschützen eines Schlachtschiffs vergleichbar. Beeindruckend. Sie sind zwar nicht so gut gepanzert wie ein echtes Schlachtschiff, aber sie können die Schwere Flotte im Bedarfsfall effektiv unterstützen. Was wissen Sie über Admiral Garrels Schwere Flotte? Sie war vor dem Krieg unsere militärische Hauptstreitmacht und bestand aus allen Quarianischen Schiffen, die für längere Kämpfer ausgerüstet waren. Mit den Thurianischen Streitkräften ist sie natürlich nicht vergleichbar, aber wir haben immerhin einige schwere Fregatten und moderne Jägerstaffeln. Welche Flotte kommandiert Admiral Zenn? Spezialprojekte. Das ist eigentlich gar keine Flotte. Nur einige Forschungsschiffe. Ihre technischen Errungenschaften haben uns der Heimatwelt schon viele Schritte näher gebracht. Fürchten Sie nicht, dass Sie das Ziel aus den Augen verliert bei Ihrem Interesse an den Gath. Wenn Sie unser Volk retten kann, soll Sie tun, was Sie will. Sie können zurück an die Arbeit. Danke, Commander. Wir sind völlig fertig. Edy, ich brauche das deutlicher. Ich versuch's. Wir, die Kunesh. Drei Erden sind weg. Unser Kommunikationssystem ist gestört. Hört! Hört uns jemand! Wir werden von... Ran, die Kunesh wird von Gath-Jägern angegriffen. Verdammt! Abfang-Jäger, unterstützen Sie die Kunesh! Danke, Commander. Okay. Ich weiß, dass wir Verbündete brauchen, aber es ist unbeprädigt, nur gegen Gath zu kämpfen, wenn doch die Wuter schon die halbe Galaxie erhoben sind. Commander, wir haben Berichte über Probleme bei einem Quarianischen Treibstoffdepot auf Xion. Ich habe die Galaxiekarte bereits aktualisiert. Sehr lieb von dir. Danke. Kampfdaten der Quarianischen Flotte den unseren hinzugefügt. Also ihre technischen Aufzeichnungen sind erstaunlich. Wenn es um strategische Analysen geht, schlagen sie vielleicht sogar die Salarianer. Okay, für die Runde war es das. Ich bedanke mich mal wieder fürs Schauen. Hier sind noch ein paar Nachrichten, glaube ich. Aber so das Übliche. Und ja, sag mal bis zur nächsten Mission. Bis dahin. Bye, bye. Bye, bye. Bye.